Plansch! Plansch! Oh, Lexi, es ist Essenszeit. Ih, was ist das denn? Ich will keine Nudeln. Nimm die weg. Ich will mit den Delfinen spielen. Gut, dann füttere ich dich. Mund auf! Hier kommt der Nudel-Express. Was zum... Nächster Stopp Lexis Magen. Nein, geh weg! Ich will das nicht. Das passiert jedes Mal. Unglaublich, oder? Warte mal, ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche ein Würstchen. Zuerst schneide ich es klein. Die Stücke kommen beiseite. Ich brauche das Wurstende. Da drücke ich Pfefferkörner rein. Genauso. Jetzt brauche ich rohe Spaghetti. Die schiebe ich durch die Wurst. Ungefähr so. Und es kommen noch mehr Spaghetti. Ich verteile sie rundherum. Das wird jetzt gekocht. Und zwar in einer tiefen Pfanne mit Wasser. Ich habe auch das andere Wurstende gespickt. Ich lasse das Wasser kochen. Das müsste reichen. Ich lege sie auf den Teller. Und räufle Ketchup drüber. Hey, was macht Oma da? Wow, das sieht ja gut aus. Und jetzt dreht sich die Wurst. Versuchen wir es nochmal. Das wird dir gefallen. Lecker, lecker. Das ist köstlich. Jawohl, ich wusste, dass das klappt. Das schmeckt mir. Ich will mehr. Mal sehen, was im Fernsehen läuft. Dieser Mais ist wirklich hübsch. Dem könnte ich jeden Tag zuschauen. Ich kenne mir eine Banane. Das ist der Lutscher der Natur. Ich muss lauter machen. Hi Oma. Oh, ich liebe diesen Kanal. Und ich habe meine Lieblingsnacks dabei. Besser geht's nicht. Mh, leckere Süßigkeiten. Es ist schön, Zeit miteinander zu verbringen. Hey, was isst du da? Meine Süßigkeiten natürlich. Die sind wirklich lecker. Soll das ein Scherz sein? Die sind nicht gut für dich. Iss lieber etwas Obst. Ich habe hier eine leckere Banane. Hm, mal sehen. Guck, ich habe auch eine Banane. Die ist besser. Lecker. Okay, kein Bananen-Fan. Wie wäre es mit einer Brombeere? Die ist süß und saftig. Uh, klingt gut. Ich habe bestimmt auch eine. Guck sie dir an. Wow, ist die lecker. Die schmeckt mir. Ich gebe nicht auf. Es muss doch was geben, das du willst. Ich will nur Süßigkeiten und davon ganz viel. Warte, ich habe es. Bleib da sitzen. Ich brauche eine große Schüssel. Da schütte ich Gelatine rein. Da kommt etwas Wasser dazu. Nicht zu viel. Jetzt gut umrühren. Die Gelatine muss sich auflösen. Niemand mag klumpigen Wackelpudding. Sieht gut aus. Das gieße ich jetzt in diese große Form. Scheint die perfekte Größe zu sein. Rein damit. Das kommt zum Festwerden in den Kühlschrank. Weiter geht's. Ich kippe Kondensmilch in diese Schüssel. Dann kommt noch Sahne dazu. Das wird köstlich. Ich brauche wieder Gelatine. Dann gut umrühren. Das muss glatt sein. Ich bin zufrieden. Das stelle ich beiseite. Mein Wackelpudding ist fertig. Den schneide ich in Streifen. Das messert sich vorsichtig durch. Die Streifen sollen gleich groß werden. Erst mache ich vertikale Schnitte. Einmal komplett durch. Und dann mache ich horizontale. Damit ich Quadrate bekomme. Das macht Spaß. Jetzt hole ich sie raus. Dafür nehme ich einen Spatel. Ich will sie nicht kaputt machen. Mh, leckere Wackelpuddingwürfel. Das mache ich auch mit dem Roten. Ich weiß, dass Lexi das mögen wird. Die kommen in diese Form. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch mehr zu tun. Es fehlen noch leckere Früchte. Ich habe Bananenscheiben geschnitten. Die verteile ich über den Wackelpudding. Und dann noch Erdbeeren. Jetzt kommt die Kondensmilchmischung darüber. Alles muss bedeckt sein. Noch ein wenig schütteln. Und fertig. Ich habe etwas Besonderes für dich. Wow, was ist das denn? Willst du probieren? Das wird dir schmecken. Ich schneide dir ein Stück ab. Mh, schau dir das an. Ein fruchtiger Wackelpuddinggenuss. Hier, bitte sehr. Gib her. Wackel, wackel. Das will ich essen. Ich liebe Wackelpudding. Wow, guck mal. Fantastisch. Das ist lecker. Ich bin so glücklich. Ich habe eine Belohnung verdient. Und ich weiß auch was. Gib mir die Süßigkeiten. Hä? Das perfekte Verbrechen. Ich mag auch Süßigkeiten. Wow, wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Das ist ja köstlich. Ich nehme das mit. Es ist Snackzeit. Zeit. Oh, der Apfel sieht gut aus. Oh, was machst du da? Sei vorsichtig. Keine Angst. Oma ist da. Gleich. Hey. Nein. Das ist zu scharf. Ach, immer mit der Ruhe, Oma. Ich kümmere mich darum. Gib mir den Apfel. Du verdürfst mir immer den Spaß. Das schneidet nicht. Das ist ein harter Apfel. Können wir das beschleunigen? Hab Geduld. Na los. Oh, voll langweilig. Endlich. Ich gebe die in die Schüssel. Hä? Oh, die Ananas sieht saftig aus. Die nehme ich auch. Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger, Oma. Ich mache so schnell ich kann. Ich will keinen Unfall. Das Warten wird sich lohnen. Puh, das ist harte Arbeit. Äh, hier gibt es noch mehr Ananas. Die müssen aufgeschnitten werden. Alles zu seiner Zeit. Die muss ich jetzt entkehren. Okay, das übernehme ich. Gib die her. Ich kenne da einen kleinen Trick. Ich brauche nur eine Dose. Das ist einfach. Ich drücke die Dose in die Ananas. Hm, ich bin gespannt. Ich drücke sie ganz runter. Noch ein bisschen weiter. Jetzt ziehe ich sie raus. Guck's dir an. Wow, ich bin beeindruckt. Dachte ich mir. Wow, Ananas in der Dose. Wer hätte das gedacht? Das Schneiden geht viel einfacher. Ja, die perfekten Portionen. Und meine Finger sind sicher. Das ist eine tolle Idee. Damit bin ich fertig. Die kommen in die Schüssel. Wir sind fertig. Puh, freut mich zu hören. Hier, probier mal. Hm, ich kann's kaum erwarten. Ist super. Genau, was ich wollte. Na los, iss weiter. Mh, Essen ist echt das Schönste auf der Welt. Und das Einzige, was es noch besser macht, sind coole Snack-Hacks. Denn warum sollte man nicht das Beste aus seinem Snack machen? Hey Thomas, schau dir das mal an. Ist doch cool, oder? Ja, 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 das ist cool. Aber ich versuche zu lesen. Oh hey, schau dir das an. Das ist noch besser. Ah. Was soll's. Hm, die Angelschnur bringt mir aber eine tolle Idee. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Und fertig. Ich hab den Becher mit der Angelschnur an den Schlüssel gebunden. Und jetzt werfe ich den Schlüssel einfach in die Getränkedose. Jetzt wird es Zeit, die Cola in den Becher zu gießen. Oh hey, ja, ich gieße nur etwas Cola ein. Du sollst mich nicht nerven. Wow. Warte kurz. Was, Thomas? Wie hast du den Becher zum Schweben gebracht? Schön, ich zeig's dir. Ich halte ihn einfach so und fang an zu gießen. Aha, okay, das kann ich auch. Und dann nehme ich meine Hand weg. Nein. Was? Was, du Hölle? Der schwebte gar nicht. Für diesen Streich gibt es einen Schlüssel. Siehst du, was ich gemacht habe? Oh, haha, sehr witzig. Hahahaha. Autsch. Herrje, du bist so witzig und clever. Nun, ich gebe zu, ich habe einige Tricks im Ärmel. Zum Beispiel, schaut euch das an. Mein Daumen ist ein wenig locker. Tada. Aber keine Angst, ich kann ihn auch wieder anbringen. Oh, das ist so unglaublich. Es scheint, als ob diese Mädchen ihn wirklich mögen. Das heißt also, wenn ich zaubern lerne, werde ich auch cool. Okay, mal sehen. Ich habe ein paar Tic Tacs und einen Textmarker. Ich kann das definitiv schaffen. Meine Tic Tacs und mein Textmarker sind bereit. Ich muss nur noch die durchsichtige Dose anmalen. Ich will aber nicht das Etikett anmalen und ich darf diese Ecken nicht vergessen. Ich bin bereit, die Mädchen zu beeindrucken. Hey, ich muss euch was zeigen. Schaut euch mal meine orangefarbenen Tic Tacs an. Und einfach so kann ich sie weiß machen. Wow, wie habe ich das gemacht? Ein toller Zaubertrick. Oh, ich meine, wen juckt sie also? Hallo, du. Ich fand deinen Zaubertrick großartig. Die Magie hat funktioniert. Hi, ich mag Tic Tacs. Okay, möchtest du welche? Ich habe eine ganze Packung. Ich liebe Oreos, besonders wenn ich sie auseinanderdrehe. Am besten ist es, wenn du die Creme zuerst isst. Und jetzt lege ich die Kekse einfach zurück. Die will ich nicht. Zeit für ein Oreo. Hey, was soll das? Da ist keine Creme drauf. Thomas, was ist das? Pech für dich. Wer nicht aufpasst, hat verloren. Das gibt's doch nicht. Du bist so ein... Wenigstens habe ich noch meine weichen Marshmallows. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Hey, Blödmann. Sieh mal, was ich mit der Kraft meines Geistes tun kann. Mein Geist ist so großartig, ich kann die Keksecreme wachsen lassen. Wie? Wie machst du das? Ich habe doch gesagt, du brauchst nur die Kraft deines Geistes. Na ja, okay, ich kann's ja mal versuchen. Wachse Creme, werde größer, damit ich dich essen kann. Das klappt nicht. Hallo. Du musst doch deine Finger benutzen, so wie ich es dir gezeigt habe. Oh, stimmt's. Es geht los. Komm schon, Keks. Du kannst es. Hör auf meine überwimmlichen Kräfte. Oh, der Keks ist mir zerbrochen. Ha, du hast den Namen Keks zerbrochen? Hey, schau dir das an. Es ist nur ein Marshmallow, mit dem ich dich reingelegt habe. Du hältst dich wohl für Miss Clever. Mir doch egal. Oh, dieser Film ist so gruselig. Oh, nicht zu fassen, dass du so einen dummen Fehler machst. Oh, sieht so aus, als hätte ich keine Chips mehr. Du hast auch keine mehr, was? Geh und hol uns noch welche. Was? Ich? Warum nicht du? Äh, ja, auf keinen Fall. Ich bleib genau hier. Hey, lass uns eine Münze werfen. Das ist fair. Okay, du wählst Kopf oder Zahn und ich werfe sie. Die dreht sich ja ewig. Auf welcher Seite wird sie landen? Was zur Hölle? Soll es ein Witz sein? Wie ist das möglich? Wir müssen wohl beide gehen. Hey, eine Tüte ist groß und die andere ist klein. Die große gehört mir. Hab sie. Hier, du kannst eine kleine Tüte haben. Komm schon, du musst teilen. Zu schade, dass du so klein und so langsam bist, um dran zu kommen. Ich geh zurück zum Film. Er ist immer so gemein. Weißt du was? Er braucht eine Abreibung. Schon wieder. Okay, ich reite diese Tortilla auf Backpapier aus und nehme dann Olivenöl. Ich brauche nicht viel. Nur so viel, um die Oberfläche zu bestreichen. Es muss aber gleichmäßig verteilt werden. Jetzt noch etwas würzen. Salz und Pfeffer sollten reichen. Perfekt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ab in den Ofen damit. Schau dir das an. Er wird schon knuffrig. Und riecht auch gut. Er ist schön warm. Schau dir dieses Meisterwerk an. Thomas wird total neidisch sein. Hey, was habe ich vom Film verpasst? Oh, wo hast du diese riesige Tüte Chips her? Manu, jetzt sieht meine Tüte so mickrig aus. Nicht fair. Ich will auch eine riesige Tüte mit Riesenchips. Wuhu, Zeit, ein paar Süßigkeiten zu naschen. Oh, das geht jetzt aber nicht. Na kommt schon, keine Süßigkeiten vor dem Essen. Ihr kennt die Regeln. Ich nehme das. Wenn ihr einen Snack wollt, dann esst diese Granatäpfel. Im Ernst? Und dann nicht mal ein Apfel oder ein Orangel? Das muss doch ein Scherz sein, oder? Ich meine, wie sollen wir die denn essen? Hm, schau mich nicht so an. Ich habe keine Ahnung. Wie gut, dass ich diesen Hammer mit mir herumtrage. Na. Was ich wirklich brauche, ist diese Sägel. Oh, was soll das? Es ist ein Job für Elektrowerkzeug. Hey, was zum Teufel machst du da? Sie bekommt den ganzen Saft und ohne die Kerne? Wie machst du das? Gib her und ich zeig's dir. Leg ihn auf die Seite und halbiere ihn dann. Da ist die ganze Frucht um die Kerne gewickelt. Du musst all diese kleinen fruchtigen Kerne rausholen. Dann kommt der einfache Teil. Hol dir eine riesige Spritze und fang an, sie zu füllen. Steck da so viele rein, wie reinpassen. Jetzt kommt der Schieber an die Reihe. Hier hast du. Du kannst es jetzt in deinen Mund drücken. Mh, das ist so gut. Und ich muss mir keine Sorgen um die Kerne machen. Du bist genial. Lilly, du hast Snacks mit nach Hause gebracht. Nee, die sind nicht für dich. Boah, du bist gierig, weißt du das? Ach, egal. Du kannst mich nicht sehen, oder? Und zum Glück kann sie mich auch nicht hören. Bin ich genial, oder was? Nicht umdrehen! Hä? Wo sind meine Chips hin? Boah, ich wette, Jared steckt dahinter. Ja, sie hat nicht Unrecht. Bleib dran, denn weitere geniale Snack-Cacks folgen. Oh, kaum zu glauben, wir haben den letzten Kuchen bekommen. Ich hoffe, er gefällt ihm. Hast du das gehört? Nee, da war nix. Fast hätte ich's vergessen. Partyhüte und der letzte Schliff. Schönes Poster, oder? Und durchdachte Details für die Partyatmosphäre. Limo steht bereit. So gut wie fertig. Oh, das sieht alles so toll aus. Oh, noch eine Sache. Wir zünden auch gleich die Kerzen an. Hast du ihn kommen? Boah, wir müssen verschwinden. Nein, hier lang. Nein, der Kuchen. Oh, ich hab ein Stück davon abgeteilt. Was ist denn hier los? Oh, es ist alles für mich. Happy Birthday. Wow. Löffel? Kuchen im Glas, was für ein Genuss. Ihr seid so kreativ. Ja, Prost. Ja, wie sich rausstellt, ist Kuchen im Glas ein Hit. Nutella aufs Brot. Gibt's noch was Besseres? Oh, mehr Schokolade macht's nachspannender. Zu viel Schokolade gibt's nicht. Oh, ja. Oh, jetzt mach ich ein Sandwich draus. Oh, hm. So süß. Das war lecker. Aber ich hab noch Platz für mehr. Lilly? Was hab ich über Süßigkeiten gesagt? Immer nur eins zur gleichen Zeit. Wie wär's mit ein bisschen Grünzeug? Nee, Papa. Das ist gut für dich. Du bist ein heranwachsendes Mädchen, weißt du? Später wirst du mir dafür danken. Das glaub ich nicht. Ich fühl mich wie ein Kaninchen. Aber Papa weiß nix von meinem Geheimversteck. Ja, Zucker. Aber jetzt fühl ich mich schlecht. Warum lass ich mich von ihm erwischen? Aber vielleicht find ich ne Alternative. Ich hab ne Idee. Nimm eine Scheibe Brot und mach mit einem Glas ein Loch rein. Das ist wie ein Keksausstecher. Mach das mit ein paar Scheiben. Jetzt kannst du deine Süßigkeiten da einfüllen. Das ist das perfekte Versteck. Und denk an die obere Scheibe. Er kommt zurück. Schmeckt so viel besser, oder? Schmeckt wie Erde. Boah, eklig. Gut, dass ich das hier hab. Das nenn' ich gesunde Ernährung. Ich werd sie mit diesem leckeren Abendessen umhauen. Besonders wichtig sind die frischen Zutaten. Riecht, als wär das Huhn fertig. Sowas von lecker. Hm, ja, ein bisschen trockener als beabsichtigt. Es schmeckt bestimmt trotzdem gut. Ich denk, ich krieg das irgendwie hin. Warum ist der Timer nicht losgegangen? Du hast das mit Absicht gemacht, du blöder Wecker. Ich muss schnell nachdenken. Oh, ich hab's. Ich bin genial. Hallo? Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Danke. Oh, so schnell. Vielen Dank. Oh, das riecht viel besser als meins. Ist das nicht ein Prachtstück? Und auf meinem Teller sieht es aus wie meine Kreation. Oh, mein Gast. Oh. Hier riecht's aber gut. Oh, für mich? Den hab ich selbst gemacht. Ist heiß, pass auf. Ja, ein bisschen kleckriger. Das kannst du aber laut sagen. Ich denk, ich hab genug. Aber es hat gut geschmeckt. Hey, ich zeig dir mal einen Trick. Bereit? Nimm eine Tortilla und schneide sie halb ein. Genauso. Dann leg auf jedes Viertel verschiedene Zutaten. Das können Toppings oder Gewürze sein. Falte dann jedes Viertel so. Eins nach dem anderen. Und das letzte. Perfekt. Jetzt ist es total kleckerfrei. Hier. So lecker, stimmt's? Du wirst Tortillas nie wieder anders essen. Oh, wie soll ich das denn alles schaffen? Okay, ich glaub, ich hab's jetzt verstanden. Ach, Mann, blöder Stift. Ach, wem mach ich was vor? Ich weiß nicht mal, was ich tue. Naja, wenigstens ist mein Kaffee stark. Okay, konzentrier dich. Eigentlich weiß ich doch die Antwort auf diese Frage. Oh, ich kann das. Ich denke, die Antwort ist B. Kaffee nach Schub. Dann kann's weitergehen. Hm. Ah. Oh, ich kann nicht mehr geradeaus gucken. Ich hab aber keine Zeit, wüde zu werden. Muss die Augen offen halten. Ah. Meine Arbeit. Total nass. So ein Mist. Mann, bin ich ein Tollpatsch. Zeit für Nachschub. Was ist denn hier los? Du hast Kaffee drüber verschüttet? Oh, du Arme. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich das auch. Gib mir mal deine Tasse. Mein Chipdeckel passt genau drauf. Damit passiert dir nicht nochmal so ein Unfall. Wo war ich? Moin. Hey, nix verschüttet. Lilly hat's echt drauf. Und er hält ihn auch warm. Ach, wenn ich dieses Problem auch noch lösen könnte. Naschen und Fernsehen ist das Beste. Hey, schsch. Leise. Lasst uns Alice pranken. Ich klemme mir Fake-Haare hier hin. Das wird richtig gut. Kommt mit. Das ist ein interessanter Look. Schon mal was von Waxing gehört? Gute Idee. Mit dem Lolli, oder? Wow. Das funktioniert echt gut. Mir wird gleich schlecht. Reingelegt. Das ist so langweilig. Das ist so langweilig. Hast du das gehört? Oh, mein Handy. Hallo? Hey, übernimm mal. Dreh den Crab um. Wow. Darauf habe ich jetzt so gar keine Lust. Ist nicht wahr. Bin gleich wieder da. Wie geht das? Mal sehen. Was ist passiert? Oh, beinahe. Hoprun. Wie oft soll ich es noch sagen? Mit Essen spielt man nichts. Hübsche Gesichtsmaske. Sehr lustig. Gib das her. Pass gut auf. Nimm den Crab auf und dreh die Pfanne um. Wow, das war einfach. Darf ich mal? Ich nehme den Crab auf und drehe die Pfanne um. Geschafft. Und jetzt esse ich ihn. Gut gemacht. Oh, Limo. Ups. Nein. Mach, dass es aufhört. Das kam völlig unerwartet. Immerhin sind noch Tropfen übrig. Na los. Das ist ein Jammer. Gut, dass es noch eine Flasche gibt. Langsam. Nicht schütteln. Bitte spritz nicht los. Hey. Ich habe eine gute Idee. Ich benutze den Mais-Sirup. Ich gebe einen Löffel Mais-Sirup in die Limo. Das sollte reichen. Ich gebe den Deckel oben drauf. Schraube ihn fest zu und schütte die Flasche. Dann kommt sie in den Kühlschrank. Ist sie schon fertig? So spritzt sie mir nicht mehr um die Ohren. Wow. Sieht das gut aus. Und es schmeckt mega. Das ist viel besser als normale Limo. Wuhu. Hi, Mädels. Ich hole mir was zu trinken. Das ist ein guter Song. Das reicht. Uh, Limo. Tanzen macht durstig. Danke. Man sieht sich auf der Tanzfläche. Okay. Das war unhöflich. Dann schenke ich mir noch eins ein. Perfekt. Das wird mich erfrischen. Das nehme ich. Danke. Ich bin so durstig. Echt jetzt? Was ist mit mir? Schenkst du mir ein? Mir auch. Ihr macht wohl Witze. Augenblick. Das haben wir gleich. Den Becher brauche ich. Den fülle ich mit Limo. Ich bin noch nicht fertig. Ich lasse den Kabelbinder locker. Stecke ihn auf den Bechergriff. Drücke den Becher zusammen und befestige ihn hier. Der Kabelbinder ist auf der Gießöffnung. Nun kann ich drei Gläser auf einmal füllen. Das spart mir viel Zeit. Los, Leute. Holt eure Limo. Nice. Danke, Emma. Ab geht die Post. Ich spüre schon den Beat. Halt. Essen und Getränke sind verboten. Ich muss sie erst scannen. Wow. Ist das Ding sicher? Okay. Sie können rein. Was ist das? Wow. Her damit. Sie kennen die Regeln. Sie ist gut. Aber nicht so gut. Hier unten findet sie mich nie. Ahem. Kann man ihnen helfen? Ah, schöne Schuhe. Sie kennen die Regeln. Das ist so unfair. Nun gehen sie schon. Was ist passiert? Die Security ist so streng. Da kommen wir nie rein. Schon gut. Ist etwas Eiscreme. Mein Hals tut weh. Ich kann nicht. Das haben wir gleich. Nimm eine Lutschtablette. Warte. Ich weiß, wie wir die Limo hineinschmuggeln. Entferne die Lutschtabletten aus der Packung. Schnapp dir eine Limo und ein Glas. Fülle die Limo in das Glas. Füge etwas Lebensmittelfarbe hinzu. Es soll nicht wie Limo aussehen. Gib einen Löffel Gelatine hinzu. Fülle eine Pipette mit der Mischung. Gib die Mischung in die Packung. Fülle alles auf und warte, bis es trocken ist. Gib Aluminiumfolie darauf und verschließe so die Packung. Stopp. Taschenkontrolle. Was haben wir da? Hm. Lutschtabletten? Okay. Sie können rein. Yes. Geschafft. Diese Belohnung habe ich verdient. Eine süße Lutschtablette für meinen Hals. Ha. Hm. So lecker. Zeit für einen gesunden Snack. Hm. Lecker. Eine Banane. Genau, was ich brauche. Seltsam. Wo ist sie hin? Hm. Bananendieb. Ich war hungrig. Okay. Wenigstens gibt es da noch eine Banane für mich. Denk nicht mal dran. Her damit. Nein. Nimm das. Salat? Wie langweilig. Sorry. Hey. Ich bin gleich wieder da. Nimm eine Gabel und eine Zange. Verbiege die Gabelzähne mit der Zange. Dreh sie vertikal hin. Etwa so. So kann ich die Banane in Stücke schneiden. So haben wir beide etwas davon. Bediene dich. Echt? Du bist die Beste. Yum, 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 yum. Wow. Alice liebt wohl Bananen. Oh Mann. Das ist so lustig. Das schmeckt furchtbar. Da fehlt noch Zucker. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Voll lustig. Wo ist mein Getränk? Da ist nur Zucker. Mein Zahnarzt wird stinkwütend sein. Wie viel Zucker habe ich hineingegeben? So ein Mist. Hey. Ich weiß, wie ich das gerade biege. Das leere Erdnussbutterglas wird nützlich sein. Ich gieße Zucker hinein. Gebe den Deckel darauf. Und mache mit dem Schraubenzieher ein Loch in den Deckel. Ich drehe ihn, damit das Loch größer wird. Da muss ein Strohhalm durchpassen. Schon viel besser. Das ist die perfekte Menge Zucker. Wo ist sie? Oh, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Es gibt so viel zu erzählen. Auf der Party? Die Nudeln sehen gut aus. Aha. Aha. Okay. Er war so süß. Warte, ich probiere die Nudeln. Wo war ich? Ach ja, bei der Party. Und er hatte so schräge Klamotten an. Echt, wahr? Äh, Emma? Das war echt peinlich. Emma, deine Spaghetti. Du solltest mal hinschauen. Das war ein schräger Abend. Schau mal bitte auf deine Teller. Ich muss etwas tun. Auf die nächste Party musst du mitkommen. Schade, dass du auf der letzten nicht warst. Emma sollte Tischmanieren lernen. Ich bin doch kein Friseur. Hey, ich wette, ich kann damit ein Omelette machen. Tada. Wie wäre es mit dem hier? Ein weiteres Ei. Kommt sofort. Oh. Ich habe nur noch eine Chance. Schätzchen, nein. Leg einfach den Schläger weg. Okay. Siehst du das Ei? Die Schalen bleiben außerhalb der Pfanne. Übung macht den Meister. Mann, diese Nachmittags-Snacks sind schlecht. Bäh, langweilig. Hey, warum schaust du nicht da rein? Mama füllt ihn immer wieder auf. Schau mal. Dieser Kuchen war heute Morgen definitiv nicht hier. Lass uns essen. Ich frage mich, wie viele Stücke es gibt. Sei vorsichtig damit, okay? Die Löffel bereit. Haha, das wird der Hammer. So befriedigend. Findest du nicht? Moment. Da ist ein Zettel unter diesem Ding. Kuchen für Mama? Was haben wir getan? Können wir noch einen Kuchen backen? Könnten Marshmallows helfen? Mit Schokolade geht das. Quadratische Schokoladenstücke einfach auf den Teller legen. Dann ein paar riesige Marshmallows auflegen. Und schließlich eine Weile im Ofen backen. Bis später. Wenn alles so aussieht, ist er fertig zum Herausnehmen. Pass auf. Er ist super heiß. Nun schau dir diese Schönheit an. Mama wird es lieben. Sie ist wieder da. Oh Gott. Oh, äh, 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 äh. Hallo, mein Süßer. Du hast an meinen Geburtstag gedacht. Hier, nimm das. Na, also wenn das nicht originell ist. Ein geschmolzener Smallstip. So klebrig und warm. Mh. Mh. Schmeckt wie Sommer auf dem Teller. Super. Du bist der süßeste Sohn aller Zeiten. Liebe dich. Juh. Ja. Ich kann es kaum erwarten, dies zu probieren. Limonade 5 Cent. Frisch gepresst von mir selbst. Kommt, dann kauft es. Hallo zusammen. Es gibt genug davon. Kommt schon. Oh, ihr seid wohl durstig, oder? Das ging ziemlich schnell. Ich habe keinen einzigen Tropfen mehr. Was soll ich denn jetzt verkaufen? Was ist passiert? Ich habe nichts mehr. Oh, das ist aber schade. Aber vielleicht kannst du den Saft austauschen. Siehst du diese Wassermelone? Steck das Ding direkt durch die Schale. Dann ziehe es heraus. Und hier hast du einen kleinen Ausgießer, siehst du? Einfach das Ding einstecken und los geht's. Passt perfekt. Mit einem Messer schneide ich nun ein Quadrat aus der Oberseite. Verwende diesen Mixer, um sie zu entsaften. Da kann man alles sehen. Und jetzt kommt der lustige Teil. Eine Tasse Wassermelonensaft, bitte. Frischer geht es einfach nicht. Und jetzt meine Belohnung für all die harte Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch das Zeichen ändern. So, das war's. Okay, bring die Kunden rein. Es gibt genug für alle. Zum Glück ist die Decke groß genug. Das gibt der Couch ein ganz neues Aussehen, nicht wahr? Toll, wow. Dann okay. Ich muss nur noch das ganze Licht blockieren. Die 3D-Filmnacht hat offiziell begonnen. Cool. Nein, aus. So ist es besser. Sieht aus, als hätte sie Probleme, oder? Danke für das Topf an, Papa. Hä? Bäh. Was ist denn mit dem ganzen Zeug los? Betty, was machst du denn für ein Gesicht? Gesalzen? Du und dein wählerischer Geschmack. Der Filmabend ist total ruiniert. Betty, willst du etwas Süßes? Nein. Na gut. Sie ist immer so wählerisch. Ich kann einfach Special-Popcorn machen. Aber statt in der Mikrowelle koche ich sie in der Pfanne auf dem Herd. Aber das ist nur der erste Schritt. Da sie Süßes lieber mag, gebe ich diese leckeren Bonbons dazu. Und jetzt lasse ich die Hitze wirken. Hm. Oh, da tut sich schon was. Oh, das Öl spritzt. Ganz schön. Aber das bedeutet doch, dass es funktioniert. Und ehe du dich versiehst, hast du schon echtes Popcorn. Oder sollte ich sagen Karamellkorn? Es riecht auch fantastisch. Hm. Hey, Betty. Sie ist schon eingeschlafen. Oh, schade. Nun, das heißt einfach mehr für Milch. Hm. So lecker. Uff. Wie zum Teufel schält man dieses Ding. Oh, sie wird ganz matschig. Buh. Ickett. So pelzig. Buh. Als ob man die Katze leckt. Vielleicht sollte ich sie einfach schneiden. Bis jetzt so gut. Aber ich schneide das ganze Obst ab. Es gibt kaum noch was zu essen. Das ist hoffnungslos. Ich bin der schlechteste Koch aller Zeiten. Hm. Schatzi, was ist denn los? Weinst du etwa? Kiki, wie hast du mich? Ach, aber das können wir doch ändern. Mal nachdenken. Siehst du? Nimm das Messer und schneide es so. Dann halbiere die Hälfte wieder. Und das gleiche für die andere Seite. Drücke sie nun gegen den Rand eines Glases, bis sich die Schale von der Frucht löst. Und sie fällt einfach ins Glas. Fertig, siehst du? Mama, du bist ein Obstschneide-Genie. Wow. Diese Dinger sind ganz schön glitschig. Nun ist nichts Schlimmes passiert. Aber vielleicht kann eine Gabel helfen. Tada. Oh, okay. Danke. Hm, lecker. Du bist meine kleine Kiwi, Schatz. Bitte sehr, David. Je, es sieht aus wie eine Schlammschüssel. Komm schon. So schlecht ist es nicht. Probier es einfach. Ich weiß nicht so recht, Mama. Wie geht? Ich kann das nicht essen. Das ist nur ein Haufen Müll. Und was ist mit dem Kuchen da drüben? Den würde ich viel lieber haben. So viel Zuckerguss. Nein, auf keinen Fall. Oh, ich weiß. Du hast schon immer Orangen geliebt. Aber das ist nicht dasselbe wie Kuchen, Mama. Nein, danke. Vielleicht habe ich ja was anderes. Proteinreicher Joghurt? Sieh mal, was ich für dich habe, David. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich den mag. Moment. Ich habe eine noch bessere Idee. Es braucht nur ein bisschen Vorbereitung. Einfach Orangen schälen. Dann mit einem Holzspieß durchbohren. In ein großes Glas wie dieses setzen. Und jetzt deinen Lieblingsjoghurt dazugeben. Es schmeckt besonders gut mit dem Obst. Und man kann so viele Aromen hinzufügen, wie man möchte. Es ist fast voll. Jetzt einfach für eine Weile in den Kühlschrank stellen. Und in nur einer halben Stunde wirst du einen köstlichen Snack haben. Einfach hinlegen und den Holzspieß herausziehen. Ohne ihn sollte alles zusammenbleiben. Dann das Ding in Scheiben schneiden. Ist das nicht wunderschön? Es ist wie ein süßes Dessert. Nur ohne den ganzen zusätzlichen Zucker. Das ist mein Frühstück. Oh, das sieht toll aus. Und es riecht gut. Ich wette, ich kann die in zwei Sekunden poppen. Du warst im Supermarkt? Und ich hab dein Lieblingseis. Vanille. Mal sehen. Ich hab auch noch andere Dinge. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Aber soll es denn so flüssig sein? Das ist wie Eissuppe. Oh nein. Oh, bitte nicht weinen. Ich bring das für dich in Ordnung. Hey, darf ich dein spezielles Spielzeug benutzen? Ich glaube, ich kann mir etwas ausdenken. Steck deine Lieblingsnüsse in alle kleinen Löcher. Und dann gieße geschmolzenes Eis darüber. Du kannst jede beliebige Geschmackssorte nehmen. Achte nur darauf, dass du alles vollständig abdeckst. Perfekt. Und jetzt vorsichtig ins Gefrierfach stellen. Und versuch, nichts zu verschütten. Und jetzt nur noch 10 Minuten warten. Fertig. Leg es einfach umgedreht auf den Teller. Genau so. Oh, das ist ja einfach wunderbar, Papi. Aha. Warte. Fast hätte ich den besten Teil vergessen. Du magst Schokoladensoße, nicht wahr? Na, bitte. Du bist der beste, Papi. Sieht aus, als hätte ich alle Nüsse aufgebraucht. Nichts mehr übrig für mich. Mh. Das ist wie eine Party in meinem Mund. Gern geschehen. Hihihi. Hätte. Hm. Wieso geht das nicht auf? Na los, du blöde Bracken. Ich brauche diese Spaghetti. Das ist doch ein Witz. Wow. Was zum Geier war das denn? Was ist los? Bist du in Gefahr? Oh nein, sorry. Ich habe nur versucht, die Packung zu öffnen. Ah, dann ist alles gut. So, dann wollen wir mal. Yay, Zeit zu essen. Hm, Moment mal. Mir fehlt doch noch irgendwas. Da ist ja die Marmelade. Die geht immer. Oh, der Deckel klemmt. Hey, David. Ich bräuchte mal einen starken Mann hier drüben. Einen starken Mann? Das bin ich dann wohl. Hey, was ist denn los? Kannst du bitte die Marmelade öffnen? Aber klar kann ich dir dabei helfen. Hier, halte in der Zeit meine Hand hier für mich. Oh, ich hätte gedacht, dass die schwerer wäre. Ja, der Deckel klemmt also, sagst du, hm? Na los, geh schon auf. Okay, einen Augenblick. Ich sehe aus wie ein Schwächling. Und wie läuft's? Ist sie schon offen? Hm, äh, ja, äh, das Ding ist, äh, sie ist noch geschlossen. Oh, einen Moment. Der Anruf ist für mich. Da muss ich leider rangehen. Bin gleich wieder da. Okay, sie guckt nicht. Lauf! Okay, ich bin in Sicherheit. Du blödes Glas, wegen dir sieht schwach aus. Moment mal. Klebeband, das ist es. Ich brauche etwas Klebeband auf dem Deckel. Es sollte schön festkleben. Und dann kann ich dran ziehen. Na los. Yes, endlich offen. Ich bin ein Genie. Oh, da ist er ja wieder. Gut, ich habe auch schon Hunger. Hey, sorry, hat was gedauert. Hier ist deine Marmelade. Die öffne ich ganz fix für dich. Wow, wie hast du das so schnell gemacht? Ach, das war gar nichts. Ich brauche nur etwas Milch. Hä? Oh Mann, die Milch ist leer. Das reicht nicht nur für ein Glas. Ach, naja, da kann man nichts machen. Dann schaue ich eben weiter fern und vergnüge mich mit meinen Snacks. Yummy, yummy, yummy. What the heck? Mein Keks passt nicht ins Glas. Wie mache ich den Keks nur passend? Dann muss ich eben ein bisschen Milch auf den Keks tropfen. Oh, mein Keks. Na toll. Da ist er. Au. Autsch, das hat ganz schön wehgetan. Warum passiert mir sowas? Und den Keks kann man wirklich nicht mehr essen. Moment mal. Das ist die Keksschale, die Löcher und das Milchglas. Ah, wenn das klappt, dann... Mal sehen. Ich fülle die Milch in die Löcher der Keksschale. Hoffentlich ist das dicht. Die Milch bleibt stehen. Ich bin so genial. Und nun kann ich die Keks in die Milch tunken. Endlich. Das habe ich mir verdient. Moment mal. Das schmeckt scheidlich. Liegt das an der Milch? Wie ist das Verfallsdatum? Okay, okay. Und heute ist... Nein. Hallo. Hier ist die Pizzalieferung. Oh, hallo, Miss. Hier ist die Pizza, die Sie bestellt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Der Halbe siegt das Auto. Ja, ich bin wieder da. Ich musste nur kurz an die Tür. Oh, Pizza. Ich liebe Pizza. Lecker. Sieht so gut aus. Pizza esse ich am allerliebsten. Okay, das Stück sieht am besten aus. Also gehört es mir. Oh, die Pizza klebt am Karton fest. Mami, ich brauche deine Hilfe. Oh, sie telefoniert schon wieder. Okay, ich kann warten, bis sie fertig ist. Mami, die Pizza muss geschnitten. Nicht jetzt, David. Mama ist am Telefon. Aber ich will Pizza. Ich habe solchen Hunger. Ich verhungere bestimmt gleich. Oh, Pizza. Ich bin ein Gieber und esse jetzt den Karton. Die Pizza wird kalt. Könnte ich sie doch nur schneiden. Hey, mein cooles Fahrrad. Das sieht aus wie ein Pizzaschneider. Oh, wie sich das dreht. Okay, ich brauche deine Hilfe. Rum, rum. Ja, fahr immer weiter. Schneide die Pizza für mich. Yeah, die Pizza ist geschnitten. Endlich kann ich sie essen. Mami, yum, yum, yum. Mami, ich liebe Pizza so, so, so sehr. Oh, warte mal kurz. David, du hast es ganz allein geschafft. So ein großer Junge. Hm, okay, mal sehen, ob die Zahlen hier übereinstimmen. Okay, das stimmt soweit. Und wie sieht es hier aus? Wie viel Uhr ist es? Es dauert noch bis zur Mittagspause. Und das kommt hier hin und das hier. Die Zelle ist noch leer. Wie viel Uhr ist es jetzt? Oh, immer noch ein paar Minuten bis zwölf. Noch ein bisschen und noch ein bisschen. Ah, yes, mein Alarm für die Mittagspause. Weg mit diesem Müll. Yes, darauf habe ich den ganzen Tag schon gewartet. Uh, ich sollte dringend mal wieder abspülen. Naja, was soll's. Ich habe eine tolle Lösung. Ich schneide die Packung einfach mit der Schere auf. Ich schneide ein kleines Viereck auf der oberen Seite der Packung. So, das sollte erst mal reichen. Und nun brauche ich noch meinen elektrischen Wasserkörper. Yes, das Wasser wird nun in die Packung gegossen. Ich bin ein Genie. Ich bin so klug, ich sollte eine Gehaltserhöhung bekommen. Einen Augenblick. Was ist da draußen eigentlich los? Ich möchte beim Essen nicht beobachtet werden. Schon viel besser. Endlich etwas Privatsphäre beim Essen. Die Nudeln sehen fertig aus. Mal sehen, wie sie schmecken. Oh yeah, Nudeln sind einfach wirklich das Beste. Mh, das sind richtig gute Nudeln. Ja, das ist etwas Gutes. Oh, oder auch nicht. Hm, was macht der Typ da? Läuft umher, als wäre das wie mein Kinderspiel. Moment mal, was hat er denn da? So, ein hartgekochtes Hühnerei. Uh, vielleicht kann ich da was abgreifen. Ich geh mal rüber. Uh, wer bist du denn? Oh, hallo Kumpel. Uh, sie stinkt vielleicht übel. Ähm, willst du vielleicht mein Hühnerei? Das geb ich dir nämlich nicht. Mist, Zeit für die Wasserdrüsen. Ah, was versucht sie denn jetzt schon wieder? Die Alte ist echt schräg, wie sie mich so anstarrt. Okay, du darfst mein Hühnerei haben. Ich schäle es für dich. So, die Schale ist weg. Der Rest ist für dich. Äh, jetzt sind die Keime überall. Lass mich das fixen. Oh, jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen. Oh, ich hab's. Was macht der denn da? Was schreibt der da? Mal sehen, wie teilt man ein Hühnerei am besten auf? Es muss doch eine Antwort auf dieses Rätsel geben. Hey, warte. Dein Stift, gib mal her. Äh, den brauch ich zum Schreiben. Ich hab ne Idee. Okay, den bauen wir jetzt auseinander. Weg mit all dem Müll. Ich brauch nur die Stiftfeder. Ja, genau. Das ist genau, was ich brauche. Gib mir das Hühnerei. Und nun schneide ich es mit der Stiftfeder. Sieht gut aus. Bis unten durch. Gut, zwei perfekte Hälften. Hätte nicht gedacht, dass ich so klug bin. Oh, die Hühnereier sehen echt gut aus. Hier ist deine Eihälfte, Mister. Gut gemacht. Darauf wär ich nie gekommen. Hey, isst du den Rest deines Eis auch? Das ist meine Lieblingsschüssel. So süß. Yay, die Schneebesen. Wir haben Mehl und die Kuhmilch steht auch schon bereit. Bist du bereit, David? Zuerst brauchen wir ein Hühnerei. Schlage es so an der Schüssel auf. Und nun probierst du es mit dem Hühnerei aus. Yay, ich kann auch so ein Huhnei aufschlagen, oder, Mami? Bereit? Boom. Oh. Habe ich das gut gemacht, Mami? Oh, äh, ja. Als nächstes brauchen wir dann die Kuhmilch. Wir geben etwas Kuhmilch zu dem Hühnerei und dem Mehl. Okay, nun bist du dran mit der Milch, David. Okay, alles klar. Die gieße ich dann wohl in die Schüssel. Oh, er hat alles hineingegossen. Naja, das ist nicht so schlimm. Zeit für das Mehl. Ich gebe etwas davon in die Schüssel. Oh je, das Mehl ist mir ausgekommen. So eine Sauerei. Kaum zu glauben, dass mir das passiert. Keine Sorge, Mami. Der Schneebesen regelt das. Pass auf. Ich gehe mit dem Schneebesen in die Mehlpackung. Denk, Liebling, was machst du da? Ach du meine Güte, wie hast du das denn gemacht? Und nun kommt das Mehl in die Schüssel. Shake, shake, shake. Oh mein Gott, mein Sohn ist ein Genie. Eines Tages wird er Fünf-Sterne-Koch. Ja, Fünf-Sterne-Koch. Heia! Hörst du dieses Magenknurren? Dann hast du wahrscheinlich nichts gegen ein paar neue geniale Food-Hacks. Und senden. Das Beantworten von E-Mails macht echt hungrig. Das Teil ist riesig. Und wird mich sicherlich eine Weile beschäftigen. Komm schon. Grrrr. Oh, mein Nagel. Ich habe die doch gerade erst machen lassen. Blöde Nüsse. Aber ich bin trotzdem süchtig nach dieser salzigen Leckerei. Nein, das lohnt sich nicht. Meine Zähne sollten funktionieren. Oder auch nicht. Was habe ich getan? Oh, das gehört doch in meinen Mund. Oh, ich habe keine andere Wahl mehr. Nicht so schnell, Emma. Oh, du bist es. Der Super-Nuss-Knacker. Ich habe gehört, dass du Hilfe brauchst. Her damit. Wir sehen uns wieder, Pistazie. Lass uns knacken. Oh, yeah. Schau. Nutze eine zweite Schale, um diesen Kumpel zu öffnen. Hast du das gesehen? Oh, und es ist kein Nagel kaputt gegangen. So einfach. Und so lecker noch dazu. Vielen Dank. Lass es knacken. Mein Leben hat sich für immer verändert. Ich würde alles anschauen, was sich um Superhelden dreht. Hey, ich auch. Wollen wir essen? Diese Pasta sieht so lecker aus. Welche zuerst? Hm, eine Gabel funktioniert nicht richtig. Ich benutze meine Hände. Diese Schale sitzt echt fest, was? Nein! Hä? Hast du wieder was zu essen bestellt? Oh, tut mir leid. Ich glaube, Emma hat nichts bemerkt. Versuchen wir das nochmal. Komm schon. Geh einfach ab. Das ist doch bescheuert. Wow. Etwas Kleingeld. Danke, meine Dame. Was? Ist das eine Garnele? Nun, heiliger Bimperm, ja. Wer würde sowas bitte tun? Ich will nur Bargeld, nichts anderes. Ist das Garnele-Saft? Das war interessant. Blöde Schale. So, rein mit dir. Sie hat keine Ahnung, warum ich lache. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde dich essen und wenn es das Letzte ist, das ich tue. Brauchst du Hilfe? Nimm einfach deine Gabel und verwende die Zacken, um die Schale zu entfernen. Dann kannst du ihn einfach schälen. Total einfach, oder? Und sieht auch richtig lecker aus. Bitte sehr. Du bist der Garnele-Flüsterer. Oh, das ist so lecker. Danke. Das Hühnchen ist fertig, Leute. Das wäre nicht mal eine richtige Mahlzeit. Ah. Die Tomaten. Ich habe vergessen, sie in den Salat zu geben. Okay. Kümmern wir uns direkt darum. Zeit, sie in Stücke zu schneiden. Thomas ist zu Hause. Yay, wir haben Chips. Stopp, stopp, stopp. Keine Chips, bis die hier geschnitten sind. Ich warte im Wohnzimmer. Oh Mama, was zum... Wie viele sind das bitte? Das wird eine Ewigkeit dauern. Wie schwer kann das Schneiden schon sein, oder? Einfach kurz in der Mitte durchschneiden. Immer weiter. Puh. Ernsthaft? Mehr habe ich noch nicht geschafft. Wie viele bleiben da noch? Das findet ja nie ein Ende. Das könnte helfen. Es ist schön flach. Probieren wir das mal. Sieben Tomaten und ein Deckel. Und ein einfacher Schnitt. Solange man sie festdrückt, werden sie alle gleichzeitig halbiert. Ha. Perfekte Stücke. Das nenne ich mal zeitsparend. Alles dank eines einfachen Deckels. Und in die Schüssel mit euch. Jetzt scheint das alles ganz einfach. Und macht sogar Spaß. Fertig. Mama, ich bin fertig. Was sagst du, Schatz? Diese Show ist echt lustig. Ach. Ich wurde reingelegt. Er hat mich echt um ein Date gebeten. Natürlich habe ich zugestimmt. Schau, was ich für dich habe. Willst du eines? Ich fange schon mal an, okay? Oh, ich habe extra viel Soße. Oh yeah. Hä? Sollten da nicht Garnelen drin sein? Ich habe doch das Richtige bestellt, oder? Ich weiß, wie ich drankomme. Röntgenblick aktivieren. Röntgenblick aktivieren. Bingo. Ganz unten. Ich habe es fast geschafft. Tschüss. Haha. Was machst du da? Du weißt schon, dass du nicht graben musst, oder? Schau. Wenn du die Seiten öffnest, erweitert sich die Box zu einem Teller. Wow, großartig. Ich glaube, ich kann sie sehen. Und Kontakt aufgenommen. Oh, wie ich dich vermisst habe. Mh. Danke. Kein Problem. Jetzt probiere ich auch mal. Es gibt nichts Besseres als leckeres Essen, stimmst du? Und mit diesen tollen Hacks wird die Arbeit in der Küche viel leichter. Was war dein Favorit? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Was ist das? Wie es ist das?